Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Und heute hab ich mal ein ganz, ganz tolles... Hält die Klappe, du! Du bist jetzt gar nicht dran. Denn heute mache ich den Anfang. Das war besprochen. Also, moin Leute. Dieser Knolte, immer als er ihn tatsächlich vor, meint, ich hab hier gar nichts zu sagen. Aber, wie ihr mich kennt, ich kann mich durchsetzen. Und nach dem Intro, lege ich es richtig los. Ja, meine Freunde, die Anderen. Es sind immer die Anderen schuld. Aber das meine ich heute gar nicht. Ich meine, die Anderen. Die es vielleicht, auch nur vielleicht, ein wenig besser machen würden. So, die Anderen. Ja, ja, Herr Knolte, die Anderen. Wer sind denn die Anderen? Kannst du das den Leuten auch erzählen, oder bin ich da wieder für zuständig? Die Anderen sind die, die eigentlich gar nichts zu sagen haben. Ja, in der Regierung hat halt nur die Regierung was zu sagen. Und die Opposition hat die Schnauze zu halten. Aber das tun die nicht. Nee, 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 nee. Gerade die da, die... Ach, ich komm schon wieder nicht auf den Namen, verdammt. Nochmal. Die eine da. Die, du weißt schon. Die, ah, die scharfe Braut, die da auf Männer steht. Die von denen mit der Anderen Farbe, nee? Die du eigentlich gar nicht nennen darfst. Ach, wie heißt sie noch? Ah, Alicia, 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 nein, Alicia war es nicht. Und der Nachname war irgendwas. Ach, hier gibt es so einen Farbenladen bei uns. Der heißt genauso. Weih, Weih, Weißbrot, nee? Ich komm nicht drauf, aber du weißt schon, wie ich meine, ne? Also, die scharfe Braut, die auf Frauen steht, anstatt auf Männer. Ich sag immer, Perl vor die Säue geschmissen, ne? Aber macht ja nichts. Also, die, wenn die mal Kanzlerin wäre, ne? Oh, das wäre total scharf, wäre das. Wäre nicht. Ja, 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 ja. Ah, Leute. Die? Kanzlerin? Und dann? Ja, die reißt doch immer den Hafen auf. Also, jetzt, was liegen da mit dieser, mit dieser, mit dieser, ah, dieser, ja, die, die, die uns da lächerlich macht im Ausland. Wie heißt sie noch? Ah, mein Namensgedächtnis. Ich werde noch wahnsinnig in meinem Alter. Also, du, du, du weißt ja schon, wie ich, wenn ich da meine, ne? Herr Ragnarök, die eine da, die, die Hüffelkerstchen im Bunker spielt, oder die sich um 360 Grad drehen muss, damit sich was ändert, die da, ne? Ja, wie heißt sie noch? Na, ist ja auch schick, nie, go, ne? Aber die Alicia, ne? Die hat die da mal richtig lang gemacht, ne? Ah, lang gemacht. Was ist denn lang gemacht? Ah, heißt sie nicht Alicia und alles, liegt alles im Wunderland. Und wenn ich dich lang mache, dann rennst du hier heult raus und sitzt da nicht wie mit Dröppelchen. Hm. Ne, 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 da nimmst du Wange drauf, das ist lang gemacht. Ach, Herr Ragnarök, immer und immer wieder nur so brutal. Und Wange machen und oben drauf. Nein, ich fand das gut, ich fand das richtig gut. Und was wäre wohl, wenn die wirklich mal das sagen hätten, die, die, die anderen. Was können sie denn noch schlimmer machen? Frag dich mal, was die noch schlimmer machen können, Herr Ragnarök. Sie können gar nicht schlimmer machen. Wir sind ganz unten. Es kann nur noch aufwärts gehen mit denen. Mit den anderen da, ne? Also, ich finde, die hätten meine Chance ja von Ihnen, Herr Ragnarök. Ja, ja, sprüche doch. Absolutes, sprüche doch. Was wollen wir denn anders machen? Was wollen Sie gegen die Klimawandel tun? Etwa Gas und Ölheizung? Hm. Nein, 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 nicht Gas und Ölheizung. Doch, 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 die müssen laufen bleiben. Auf jeden Fall. Weil das andere wäre ja viel zu teuer. Und das weiß auch Klein-Oma von Pusse-Muckeldorf. Und ich weiß ja nicht, wer alles das weiß. Außer die Bekloppen, die immer meinen, sich festkleben zu müssen. Die wissen das nicht, nee. Oder? Oder? Ah, die wissen das auch, genau. Die wissen das aber. Die kriegen Kohle und den Kleber gratis. Doch. Ja, genau. Kleber gratis. Wer das nicht will, will kein Klimakleber. Ja, aber wir weichen ja ab, ne? Also, wenn jetzt mal, sag ich mal, diese Alicia. Alles. Ja, okay, die Frauen von der Landtag wirklich mal Kanzlerin werden. Und die hätten über 50 Prozent. Ja, sonst wird sie ja keine Kanzlerin, ne? Mit 49,9 Prozent. Da wussten die anderen wieder so lange wird, dass er mit anderen anderen ja Blöcke machen kann. Das kennen wir ja. Ja, das ist sowieso ein Thema. Demokratie. Ja, ja, und schon gar nicht die FDP, ne? Ja, obwohl, die sind ja gar nicht so schlecht. Die reden dir ja immer so, wie gerade die Schnauze gewachsen ist. Genau, so Felllein im Wind. Heute so, morgen so, übermorgen. Ja, ganz anders. Die kannst du gebrauchen. Die kannst du hundertprozentig gebrauchen. Die reden dir immer nach der Schnauze. Da passiert nix. Gar nix. Ja, und nun, wann kommt die nächsten Wahl? Und ich sag dir, das Volk, das Volk, das will, 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 will leiden ja. Und was wählen sie? CDU, SPD, Grüne, lalalala. Ich freu mich drauf. Nein, 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 Herr Knoll, die werden auch mal schlauer. Die, die anderen, die strengenden Umfragen. Ah, pappalapapp, Umfragen. Umfragen. Umfragen, hier. Wer macht denn diese Umfragen? Wo kommt denn die Zahl her? Mich hat noch keiner gefragt. Absolut keiner hat mich bis jetzt gefragt. Oder, Herr Knollte? Ja, mich eigentlich auch nicht. Hm. Ja, ist aber doch scheißen, wurs, egal. Weil ich weiß, wo ich nix mal mein Kreuzchen zu machen hab, wenn ich mal wieder gefragt werde. Wobei, nee, eigentlich weiß ich das gar nicht. Weil, weil, bis jetzt ist noch nie einer dran gekommen, den ich gewählt hab. Vielleicht sollte ich mal nen anderen wählen, damit die dran kommen, die ich haben will. Deh, 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 deh.